Servus und hallo zurück zu Bright Paw. Weiter geht's. Akt 9. Level 1 sind wir schon. Okay. Äußerst vorsichtig. Ja gut. Das ist ja spannend. Wo bin ich und wo muss ich hin? Okay, die bewegen sich alle. Ich kann es hier oder hier hin machen. Das ist sehr spannend. Jetzt mal hier hin. Okay, die fahren auf festen Routinen. Hier hin. Bringt nix. Ball vor oder Mist. Musik ist schon wieder so hektisch. Mache ich hier hin. Und das mal hier hin. Und das hier hin. Dann ist da Ruhe. Das war nicht gut. Ich muss andersrum machen. Ich hab hier... Das ist schlecht. Jetzt bin ich nämlich eingesperrt. Sehr gut. Versuchen wir es einmal mit dem Hilfe-Modus, oder? Hilfe-Modus. Schalten wir einmal ein. Ja. Schauen wir mal, was das bringt. Für dieses eine Level versuchen wir es jetzt mal. Okay, da sagt man genau wo ich hingehen muss. Hm. Ja gut. Dann machen wir das eine Mal mit Hilfe-Modus, ne? Das ist ja so... Ich muss dann... persönlich hier hin. okay, Hilfe-Modus aus. Einstellungen. Hilfe-Modus aus. Einstellungen. Hilfe-Modus aus. Zurück. Verzehnen. So, ähm... Prüfe nur das Sattmeid, da genau wie hin muss. Hier ist Jetzt blockierst du mir das. Hier hin und hier hin. Okay, das war jetzt ein Level mit Hilfe-Modus. Ne, ich habe einmal nachgeschaut. Irgendwas will er mit Alarm? Wo bin ich überhaupt? Ich bin da und muss da hin. Okay. Ich kann hier ein paar Mal blockieren. Ach, das ist irgendwie Sinn. Bis übersinnlich braucht er sie hier rüber. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ja, ich bin tot wahrscheinlich. Ich bin da hin und hin. Ich habe noch mehr Lust bekommen, sehr gut. Das war's. Es war schlecht. Damit nur sinnlich, das bringt halt nix. Ne, bringt einfach nix. Brauchen wir noch hin. Wie mache ich das, dass ich hier rüberkomme? Ich kann hier und hier blockieren. Ich kann hier und hier blockieren. Hier drüben kann ich gar nix blockieren. Was bringt es denn wenn ich hier blockiere? Was bringt denn das? Das bringt halt einfach nix. Ja, das war anders geht ja nicht am Anfang. Das bringt einfach nix. Das ist da drüben. Das ist ein bisschen, kann ich hier irgendwas... Hier, hier ist ein Erhebel. Okay. Den habe ich noch nix gehabt. Dann macht schon Sinn irgendwie. Augen auf beim Level anschauen, ne? Kommst da hin. Dann kommst du da hin. und da hauen wir mal ganz schnell ab. Was ist das? Also schon ein Erhebel. Es gibt Constructionen mit dem Lauten. Aber es ist nicht so ein Erhebel. Wenn ich zurück. Das ist das Schmarrung. Aber da sitzt bei mir. Eins ist blöd, dann muss es der sein. Okay, machen wir mal. Muss da drüben liegen. Okay. Drück. Drück. Dann ist es der. Nicht, nicht. Daher. Hier hin. Ab dem Ende, übersinnlich. Oh ho ho Not mal, das wird so gut Not so gut Hier Versuchen wir mal. Ich habe immer nur zwei nach vorne, oder? Zwei nach vorne ist schlecht. Jetzt fehlt mir der eine nach vorne. Machen wir nochmal Restart. Sonst wird es zu unübersichtlich. Hier muss ich muss hier auf dieses Dings. Ja, komm. Hier hin. Hier hin. Hier probieren wir mal. Machen wir einmal übersinnlich. Hier hin. Und müssen wir den Zweier nach vorne sollten wir irgendwie aufheben. hin 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 hin. Hier. jetzt wird es was jetzt wird jetzt haben hier ein zweier noch mal ein zweier und das war's Ach du, was ist hier los? Okay. Das ist... Was passiert, wenn ich... Da macht es doch gleich bumm, oder? Ja, machen wir mal den Stoff, ja, ja, ihr Blut. Was passiert? Die gehen in die Luft. Das ist einfach verdammt perfekt. Jupp, so schaut's aus. Und hier irgendwas verschieben. Ja, kann ich. Okay, ich hab... Einmal sowas. Eins. Zwei. Ach, ich hab... Ich hab vergessen, dass ich immer nur ein übersinnlich... Ich hab... Sorry... Ähm... Nee... Ha... Nie tot? Na... jetzt die gern eines solches und ein übersündlich und dann kommen hier her passt aneck level 4 ok was ist hier los Und hier irgendwas blockieren damit. Ich war jetzt nicht so schlau, ne? Ich war jetzt echt nicht so schlau. Jetzt kann ich es halt hier nicht mehr drauf stellen, ne? Hm. Und hier ein bisschen Licht da hoch. Hier übersinnlich da hin. Einmal umdrehen. Und einer hier hin. Ich weiß noch nicht wie ich es geschnitten haben wäre, ob es für euch direkt weiter geht. Oder ob der zweite Teil von Level 9 eine eigene Folge wird. Ich sage ebenfalls vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.